Also ich bin manchmal überrascht, wie viele Leute es gibt, die sagen, ich kenne mich mit Social Media überhaupt nicht aus. Ich so, what? Okay, how did you build a business? Herzlich willkommen heute im Podcast, ich freue mich riesig, Barbara B. Wilder, ist richtig, oder? Ja! Barbara Wilder, das ist, wie mich die Leute hier kennen. Also das B ist nur, weil ich glaube, es gibt noch eine andere Barbara Wilder auf Facebook und dann haben wir halt das B nochmal reingenommen. Alles klar, also Barbara ohne B, Wilder, heute im Podcast-Interview. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du Zeit hast und das Coole ist, sie sitzt heute Mittag in der schönen Sonne in L.A. und ich bin heute in der schönen kalten Schweiz abends um halb zehn und das ist fantastisch, dass das einfach so klappt. Das ist spontan, ganz spontan, das Interview. Gestern haben wir uns kennengelernt über Facebook und dann haben wir gesagt, okay, habe ich sie eingeladen zum Interview und sagte, ja, kein Problem, können wir machen. Mega cool. Also sie ist geboren in Österreich, sie hat in Hamburg eine Schauspielschule besucht, war in Berlin, in Köln, hat in London schon einen Film gedreht, war auch schon in Indien, ist jetzt in L.A. Basic Production Management, also sie ist der Local L.A. Fixer, wenn jemand von euch einen Film drehen möchte in L.A., dann kommt einfach zu Barbara und die hilft euch dann an die richtigen Leute ranzukommen und von Indie Production bis AMC Members, also die Elite quasi der Filmbranche aus L.A. und die kann euch dann sicherlich weiterhelfen zu richtig coolen Filmen und sogar, was ich vorhin sagte im Vorgespräch, B-World Material, also wenn ihr coole L.A. Aufnahmen haben wollt, dann schreibt einfach Barbara an und dann hilft ihr euch weiter mit der Vermittlung. Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist, Barbara. Hi. Ja, mega cool. Fangen wir direkt an. Du hast ja vorhin erzählt, du bist in Österreich geboren. Wie kommt man denn von Österreich auf die Idee? Ich gehe jetzt mal nach Hamburg zur Schauspielschule. Ich glaube, wenn man am Anfang, wenn man Schauspieler werden will, sieht man sich irgendwie viele Schulen an und Hamburg hat mir halt irgendwie ganz gut gefallen und es hat sich irgendwie so ergeben. Okay. Jetzt bist du in L.A. Wie kam so der Sprung? Was war so der Auslöser? Also du hast wahrscheinlich einen Auftrag bekommen und hast gesagt, komm, hier bleibe ich. Oder wie kam das? Also es war eigentlich so, eine Kollegin von mir, die hier in Los Angeles wohnt und Schauspielkurse gibt, hat mich irgendwann mal angeschrieben. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie in London einen Film gedreht und sie sagt so, komm doch nach L.A. und mach doch meinen Schauspielkurs, der dauert einen Monat. Und ich habe mir damals gedacht, irgendwie einen Monat? Das ist ja echt lange. Also ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich machen will. Und ja, sieben Jahre später bin ich noch immer hier. Und weil es hier auch irgendwie so wahnsinnig viele Produktionen gibt und so viele Möglichkeiten und ein Pool von Leuten und Talent und professionellen Filme machen, dass ich eigentlich nicht mehr zurückgeschaut habe. Mega cool. Wir haben gerade eine Serie geguckt, meine Frau und ich. Ich weiß nicht, ob du die kennst, You von Netflix. Oh mein Gott, ja. Second Season. Mega verrückt. Und da geht es ja auch um L.A. und da haben die auch so angerissen, dass viele nach L.A. kommen mit dem Traum, ich werde jetzt hier berühmt und ein Star und kommen da irgendwie dann, wie du sagst, kommen dann auch nicht mehr weg. Und das fand ich auch ziemlich, ziemlich beeindruckend, dass die da alle so gehypt sind und unbedingt alle nach L.A. wollen. Und ich glaube, das schaffen wenige dann auch dort Fuß zu fassen, oder? Also ich glaube, es ist so. Wenn man in TV oder Film arbeiten will in Amerika, gibt es drei Städte, die vielleicht interessant sind. Das ist New York, Atlanta oder L.A. Alles andere ist halt praktisch etwas, wo man sich vielleicht ein bisschen Credits aufbilden kann. Aber um richtig Fuß zu fassen, glaube ich, sind die drei Städte relativ wichtig. Oder es sind die Städte, wo man sein soll. Und wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, ich komme jetzt nach L.A. und sage, ich möchte jetzt hier Filmemacher werden. Wo muss ich denn da hin, damit ich gesehen werde, damit ich auch sagen kann, hier, ich kann auch von Indy bis, oder möchte zu den Members aufsteigen. Wie muss ich das machen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist, also was man auf jeden Fall wissen muss, ist, es ist ein langer Prozess. Also das ist nicht etwas, was man irgendwie in zwei Jahren macht. Das ist ein langer Prozess, auf den man sich einlässt. Erstmal muss man ein Visa kriegen. Das ist schon mal ein ziemlich langer Prozess, damit man hier überhaupt arbeiten darf. Also ich bin damals irgendwie mit einem Journalistenvisum gekommen. Habe für das Trendmagazin in der Schweiz gearbeitet. Habe geschrieben für die Cinema Backstage Section. Und, ja, musste dann, glaube ich, vier Jahre warten auf meine Green Card. Ja. Wirklich? So lange? Krass. Okay. Oh ja, oh ja. Der Immigrationsprozess ist nicht, ist nicht leicht. Also ich meine, es gibt immer Mittel und Wege, wie man das irgendwie schneller hinkriegt, wenn man gesponsert wird von einer Firma oder so. Aber was man natürlich dann auch irgendwie bedenken muss, man braucht dann schon irgendwie Credits von wo auch immer man herkommt. Darf ich fragen, wieso das Budget ist? Also ich kann mir da gar nichts darunter vorstellen. Für ein Social Media Content, was jetzt ja meistens immer ganz kleinere Videos sind. Also die sind ja dann irgendwie 15 Sekunden, 30 Sekunden oder eine Minute lang. Und dann 3.000, da fangen wir an. Und wenn das irgendwie ein bisschen aufwendiger sein soll, dann wird das natürlich höher. Logisch, klar. Aber VK ist natürlich, Datenraten sind natürlich auch anders und ist mehr Aufwand. Also bessere Kamera braucht man ja auch. Aber sehr, sehr cool, Barbara. Also wenn von euch irgendjemand mal Interesse hat, ich habe ein geiles Produkt, ich möchte gerne geile Bilder haben aus L.A. von meinem Produkt, dann kommt auf Barbara zu. Das wird bestimmt richtig, richtig cool. Deutsch ist schon wirklich schwer für mich. Ich kann natürlich nicht sagen, man weiß das nicht, aber das ist dann so ein Brainfuck irgendwie, wenn man auf einmal wieder eine andere Sprache spricht. Und die Grammatik geht dann irgendwie von. Also man bekommt irgendwie so einen sprachlichen Gruppenmotoriker. Kamera Assistant gearbeitet habe, dann weiß ich natürlich auch, wer ist der DP und wie gut sind die und was machen die. Und dann habe ich auch mal für eine Gruppe irgendwie Location Scouting gemacht. Das heißt, ich habe auch so eine ganze Liste von Locations hier in L.A. und wo man halt irgendwie Permits braucht und wo man keine braucht. Also Permits ist die Berechtigung vom Staat, dass man da filmen darf oder was ist das? Genau. Ja. Und die sind doch relativ einfach zu bekommen hier in L.A. Es ist halt einfach nur, man muss sie halt bekommen. Aber, also man muss sie halt beantragen, aber da gibt es halt immer eine kleinere Vieh oder so. Aber die sind ja relativ einfach irgendwie zu bekommen. Also gedreht wird hier ständig überall. Aber mit Drohnen stelle ich mir glaube ich schwieriger vor, oder? Ja, mit Drohnen ist es halt, das ist ein bisschen komplizierter. Also ich habe jetzt auf meiner, ich habe irgendwie drei Drohnen Operators im Moment, mit denen ich arbeite. Und die kennen sich da wesentlich besser aus als ich. Also die sind licenced und die wissen genau, wo sie filmen dürfen, wie sie filmen dürfen, wie auch immer. Die sind versichert. Also ich meine, da muss man ja mit Drohnen, muss man ja irgendwie alles machen. Ja, ja, das ist schön. Aber es ist auch gut so. Also dass nicht jeder Hand napft da mit einer Drohne. Und gerade wenn da eine große Kamera dran hängt, da finde ich, sollte man schon professionell nicht machen. Ja, ja, das darf sie nicht. Aber das lasse ich dann denen über. Also ich meine, die kennen sich da wesentlich besser aus als ich. Also ich meine, ich weiß, wo Locations sind, aber wenn es um Drone geht, dann machen die das für mich. Und ja, und dann, wie gesagt, wenn du dann halt irgendwie länger in Produktionen arbeitest und du arbeitest in kleineren Produktionen, du arbeitest in größeren Produktionen. Das heißt, es kommt halt so eine Liste zusammen von Leuten, wo ich weiß, okay, also wenn jemand ein kleineres Budget hat, dann frage ich diese Indie-Filmmakers, ob die gerne mit uns arbeiten möchten. Und wenn die ein größeres Budget haben, dann können wir natürlich total professionell gehen. Und dann kostet das halt so und so viel mehr. Und ja, und die Leute kennen mich natürlich auch und die wissen auch, dass es irgendwie alles ganz gut klappt, wenn ich mit denen arbeite. Das heißt, die vertrauen mir dann auch irgendwie, dass die Produktionen zustande kommen. Und dann bringen wir das alles hin. Aber bist du dann die Pro-to-Userin zwischendurch oder wie würdest du dich bezeichnen? Ja, also, ja, ich würde sagen, Basic Production Management. Ja, also ich, also, ich meine, auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, irgendwie Produzent, Mittelmann, je nachdem. Ja, aber ich meine, es ist schon, es ist schon ein bisschen mehr Produzent wie Mittelmann, weil ich bin ja dann bei den Produktionen meistens auch dabei und ich sehe auch irgendwie zu, dass es alles irgendwie ganz gut geht. Und ich habe auch meistens irgendwie ein paar Leute, die einspringen können, falls mal irgendjemand ausfällt. Das muss man auch immer berechnen, weil bei uns geht ja auch immer irgendwie was schief mit dem Verkehr und so. Und ja, dann ist es halt auch irgendwie ganz wichtig, dass man dann halt, also dass man halt dann auch irgendwie Leute an der Hand hat, die man mal schnell anrufen kann und sagen kann, äh, du, äh, uns ist da gerade irgendwie ein Kameramann ausgefallen, hast du heute Zeit? Jetzt. Jetzt gerade. In zwei Stunden. Und das Gleiche mit Talent, ja, mit Schauspielern, ähm, Models oder so weiter. Ich meine, da braucht man immer ein bisschen mehr irgendwie an der Hand, weil da passiert immer irgendwas. Das heißt, du machst das bei der, ähm, Auftragsanalyse, sagst du auch, okay, du möchtest gerne lieber Kunde dieses Model, aber als Backbound, falls dieses Model krank ist, würde ich dir dieses Model dann auch noch, oder wie machst du das dann? Sagst du gleich, okay, ich hole mir da jetzt schon lieber noch ein paar mehr, als wenn irgendwas ausfällt. Also das kann man auf jeden Fall machen, ja. Also ich meine, ich, ähm, ich schicke immer irgendwie eine Liste von Models und, ähm, dann lasse ich die auch immer entscheiden irgendwie so, was, wer wäre jetzt die erste Wahl, wer ist die zweite Wahl, wer ist die dritte Wahl, ne? Habt ihr da so einen großen Rental Store irgendwie in L.A., könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, es gibt viele, es gibt viele. Und, ähm, äh, ich hab natürlich auch irgendwie so ein paar Rental Stores, wo ich, ähm, bessere Deals bekomme, wie andere Leute, die einfach so, ähm, ähm, mal vorbeischauen, ne? Weil, die uns halt auch irgendwie kennen und, und das ist dann natürlich irgendwie, da haben wir natürlich irgendwie bessere Preise irgendwie, die wir von den Rental Stores kriegen. Und das ist auch irgendwie, das ist natürlich auch irgendwie gang und gäbe, ne? Dass, äh, ähm, Equipment halt viel, ähm, 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 wie sagt man das auf Deutsch? Geliehen wird, ja. Gerentelt wird? Gerentelt, ja, geliehen heißt es auf Deutsch, ja, genau. Geliehen wird, ja, weil, ähm, es ist halt so schnelllebig, ja? Und, äh, und jeder will irgendwie eine spezielle Kamera haben. Und dann ist es natürlich irgendwie, äh, für viele Kameraleute einfach, äh, viel mehr, äh, äh, profitabel, wenn die halt einfach irgendwie sich das Equipment ausleihen. Und das gibt es ja hier überall, ne? Also ich meine, das ist ja kein Problem und das ist halt irgendwie, oder auch Fairline, ja? Also ich habe auch viele Kameramänner hier, ähm, die, ähm, ihr Equipment Fairline. Ist natürlich eine Grauzone. Ich kenne auch einen Kollegen, der verleiht seine Kamera. Das Problem ist, wenn du dann gerade, wie du sagst, diese Wash Hour, du kriegst ein Telefon und sagst, kannst du dann und dann drehen und du hast dann deine Kamera verliehen, das ist natürlich Worst Case. Also das geht gar nicht. Ja, ja, aber es ist, es ist eigentlich eine, eine ganz schlaue Methode, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, äh, also ich, ich habe so ein paar Kollegen hier, die, ähm, die sich, ähm, Kameras, äh, kaufen und mit, mit dem Verleihen praktisch die Raten für die Kamera abzahlen, also. Ja, das macht schon. Also ich finde, ich finde das super schlau. Ja, das macht schon. Ja, aber du musst natürlich gucken, wenn das Ding dann kaputt geht. Nee, das ist ja auch, also das ist ja durch diese, ähm, äh, Verleihungsfirmen irgendwie auch versichert, ne? Ach, die machen das dann über Drittfirmen sozusagen? Ah. Genau. Ah, okay. Ja, das ist schlau, ja, das macht wirklich Sinn, ne? Ja, cool. Ja, also es fängt auch gerade in Deutschland, also ich bin ja in der Schweiz, Österreich, Deutschland, da ist das auch üblich mit dem Leihen, was viel jetzt kommt, ist auch per Postleihen. Das finde ich aber zum Beispiel, das dauert mir zu lange, also, was mir noch fehlt, ist so eine flächendeckende, so ein Netzwerk, wo ich sagen kann, wo finde ich jetzt den nächsten Verleiher in meiner Nähe, dass ich anrufen kann, sagen, hast du das Teil, okay, ich komme in einer Stunde und hole mir das ab, weil das, wie du sagst, es ist einfach viel schnelllebiger, du kannst nicht, wenn du eine Woche oder zwei Monate vorher planen kannst, das ist ja meistens eine groß, größere Filmproduktion. Filmproduktion, das ist für so ein Video, wie du sagst, Social Media, das geht ja, wie gesagt, am besten gestern schon abgedreht und morgen schon online, aber das funktioniert ja meistens nicht, ja. Also ich, also ich, ich habe es natürlich auch immer irgendwie lieber, wenn wir das ein bisschen vorher planen können, ne? Also ich meine, wenn es jetzt irgendwie so, so kleinere Social Media, äh, 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 Social Content Videos, ähm, äh, wenn es um das geht, dann würde ich sagen, irgendwie, ein Monat ist schon ganz nett zu haben, dass man das mal vorher planen kann, ne? Ja. Weil, ähm, du musst ja irgendwie die Permits besorgen, du musst irgendwie die Leute, ähm, anstellen, du musst irgendwie, ähm, äh, die, die Models und so weiter irgendwie, ähm, aussuchen und die müssen sich dann auch, die müssen dann auch Zeit haben. Also ich glaube, so einen Monat vorher brauchen wir das schon irgendwie, ne? Damit wir das hinkriegen, ne? Also ich meine, so auf die Schnelle mache ich das irgendwie immer ganz ungerne, weil, ähm, ähm, weil wenn es dann, wenn, wenn dann irgendwas ist, dann ist da ja auch irgendwie mein Name dran, ne? Ähm, wenn es dann nicht wirklich so wahnsinnig gut wird, also ich meine, also ich plane das immer schon ganz gerne irgendwie ein bisschen im Voraus, ähm, wenn das so Events sind, ähm, wie zum Beispiel irgendwie, äh, Celebrity Interviews on a red carpet, naja gut, ich meine, das kann man dann schon auch, das kann man schon irgendwie so in zwei Wochen planen, ne? Weil da, da ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel, ähm, zu tun, ne? Ähm, in dem Sinne. Ähm, ja, das kommt dann immer drauf an, ne? Also wie, 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 wie kompliziert das ist, ne? Ähm, das, das komplizierteste ist halt das, wenn das halt ein richtiger Dreh ist, ne? Weil dann haben wir halt irgendwie Talent, dann brauchen wir, ähm, Director, dann brauchen wir einen AD, dann brauchen wir Wardrobe, Make-up, bla bla bla, ne? Also das ist halt so das komplizierteste, ne? Wenn das einfach nur so ein Red Carpet Event ist, wo eine Kamera drauf schießt und wir haben halt irgendwie Sound und Light und, und, und wir schießen, wir, wir geben das nachher irgendwie dem Editor, naja gut, okay, das können wir auch in zwei Wochen machen. Je nachdem setzt man dann irgendwie so ein bisschen das Skript auch zusammen, ne, und auch irgendwie überlegt sich auch, welche Kamera da irgendwie vielleicht ganz gut wäre, ne? Machst du das Skript oder macht das dann jemand anders? Machst du das selber, das Skript? Ja. Für, für, ähm, Social Media Content, ja, das mach ich. Mhm. Darf ich fragen, wie du das machst, wie du das angehst? Also, okay, ähm, äh, ich schau mir erst mal das Produkt an, ne? Und, ähm, ich schau mir an, was sie, was sie schon auf ihrer Webseite oder auf ihrem Social Media bis jetzt haben, ja? Ähm, ähm, äh, gibt's dann spezielles Branding schon für dieses Produkt oder, ähm, ist das eher noch so irgendwie in der Luft, ja? Mhm. Ähm, und dann muss man sich halt irgendwie überlegen, äh, wie kann man jetzt, ähm, wie kann man das Video gestalten, dass das genau irgendwie, äh, den Nagel auf den Kopf trifft, in Bezug auf das Branding für das Produkt, ne? Mhm. Also soll das jetzt eher, wie gesagt, ne? Ein bisschen, äh, äh, hipper sein, modern oder mehr, ein bisschen mehr, äh, romantisch oder mehr practical, äh, family-like, also wie auch immer, ne? Ich mein, je nach, kommt halt drauf an, welches Produkt das ist. Und, ähm, und dann ist es halt ein, ein, ein back and forward mit dem Kunden, um irgendwie irgendwie gemeinsam irgendwie herauszufinden, ich, ne? Also ich sag so irgendwie, ich will das in dem Stil filmen, dort und dort, mit den und den Leuten, ähm, passt das oder was sagt ihr dazu? Und dann ist es halt so ein back and forward, ähm, bis wir halt irgendwie das Richtige rausfinden. Und wenn wir dann irgendwie, äh, wissen, wo wir hinwollen, dann, äh, dann ist es natürlich für mich auch irgendwie wahnsinnig leichter, ähm, zu sagen, okay, das heißt, das Budget müsste dann in dem Bereich sein. Mhm. Ist es für euch machbar? Und, ähm, ja, und so, so kommen wir dann halt hoffentlich dann zusammen, ne? Weil ich hab jetzt, letztes Mal fand ich sehr interessant, dass man eigentlich erst anfangen soll mit der Zielgruppe. Was sind eigentlich so die Wünsche, die Ängste der Zielgruppe und daraufhin das Storytelling aufbauen sollen in Verbindung, genau wie du sagst, mit dem Branding? Und dass man daraufhin das Video bauen sollte. Also, viele Videos haben ja mit dem Produkt, die sehr gut funktionieren, meistens nicht viel zu tun, sondern es ist mehr so emotional und, und, äh, es geht einfach darum, die Zielgruppe von, mit diesem Social Media Video auf die Webseite zu lenken, damit die dann sagen, ah, das ist die Lösung für mein Problem, was ich noch gar nicht hatte, zum Beispiel, also. Ja, also ich mein, das ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe irgendwie, die Leute, den Leuten zu, ähm, den Leuten irgendwie zu zeigen, ähm, da wollt ihr hin. Musik 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 Musik